Musik Es ist die erste Ausgabe von Zürich Towns. Die Messlatte ist dementsprechend hoch, wo wir den Titel anschauen. Wir versuchen natürlich diesem Titel nachzukommen. Jetzt, warum sind wir heute zusammengekommen? Wir sind zusammengekommen bei Bewegungsförderung im Vordergrundstaat. Und das ist ja auch ganz nach dem Motto vom Leitbild, wie eine gute Gemeinschaft die Basis ist. Und da habe ich mir einfach gesagt, das kann ich doch nicht so einfach sein lassen. Schreibst doch einen Song. Ich bin zwar nicht der Einzige, ist doch gleich. Ich wollte das einfach durchziehen. Und jetzt mit den Kindern ist es doch lässig, das zu machen. Jetzt möchte ich grüssen den Akkomponier aus Zürich. Das ist schon so getroffen. Es wird zweier gespielt von Gradiene, Martinoli. Und das wird viele Euro-Bactiv exemple. Von den Leuten als состояни Horn nach yukann gehen, Ans spill dich in Europa. Wir sind aufgrund der Jubiläums herunter und kommen zu den Jubiläums herunter und kommen zu den Jubiläums in eine Ruhe. So, ist das Jubiläumsjahr 2022? So, Ladies! Der Start, der uns in Russland kommt zwischen den Jubiläumsjahr um die Jubiläumsjahr. Ebenfalls für musikalische Wolkenbrüche im wahrsten Sinne des Wortes. Der Name ist vor allem das Trio Wolkenbruch. Wir stehen in der Mitte des Jubiläumsjahres 2011. Bevor sie aber auf die Bühne kommen, werden uns zwei andere musikalische Künstler hier auf dieser Bühne einhalten. Die Regierungen heute sind ungefähr unter vier Stunden der Oberstadt. Wir sind am Schluss der Show abgelandet. In diesem Sinne möchte ich mich bedanken auch bei euch.